Hallo aus Köln von der Rudolf Müller Mediengruppe. Wie komme ich in eine Fachzeitschrift? Das fragen mich immer wieder Handwerker, Architekten und Energieberater und ich dachte, dann frage ich doch einfach mal Elke Herbst. Sie ist Verlagsleitung Dach und Holz. Was sind die wichtigsten drei Kriterien, damit ich in Ihrer Zeitschrift publiziert werde? Das ist ganz einfach. Sie werden es mir wahrscheinlich gar nicht glauben. Sie müssen sich einfach melden. Anrufen, schreiben, Mail schreiben, uns kontaktieren, sagen, um was für ein Objekt geht es, was ist gemacht worden, gibt es schon Unterlagen, wo ist es, also die wichtigsten Daten in Kürze und in der Regel melden wir uns dann zurück und dann kann man drüber sprechen. Und gibt es irgendein K.O.-Kriterium? Gern gesehen werden wahrscheinlich Bauschäden, aber da möchte ich als Handwerker oder Architekt auf jeden Fall nicht damit angeben. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das möchten wir nicht mehr hören, das bekommen wir jeden Tag? Eigentlich nicht, aber es gibt ein paar Kriterien, die erfüllt sein müssen, zum Beispiel das Thema Arbeitsschutz. Wir müssen leider oft Objekte ablehnen, weil das Gerüst nicht in Ordnung ist, weil die Mitarbeiter auf Fotos zu sehen sind und nicht den Arbeitsschutzrichtlinien entsprechen und dann bekommen wir erstens Ärger mit der Bauberufsgenossenschaft und zweitens ist es auch nicht unbedingt das, was wir lesen wollen in den Heften. Welches Thema wird in der Baubranche am stärksten diskutiert? Also ich frage deswegen, weil wenn ich jetzt Handwerker und Energieberater bin oder Planer und denke, okay, Frau Herbst hat gesagt, alles ist interessant, vielleicht sollte ich das Thema noch rauspicken, was Sie am meisten interessiert. Im Moment ist es immer noch energetische Sanierung, also der Sanierungsbereich, der stockt zwar ein bisschen, aber dennoch gibt es so unglaublich viele Gebäude in Deutschland, die noch saniert werden müssen eigentlich. Das wird ein Dauerbrenner-Thema sein und in dem Bereich dann gerade aktuelles Thema Dämmung, Innendämmung, Außendämmung ist ein sehr aktuelles Thema und das wird, glaube ich, auch die nächsten Jahre noch prägen. Okay, und wenn ich jetzt bereit bin, quasi mein Projekt vorzustellen, wie kann ich Ihr Team kontaktieren? Am besten ist es natürlich, eine E-Mail zu schicken mit den wichtigsten Informationen und ganz toll ist, wenn dann schon ein paar Bilder dabei sind, ein, zwei, drei Bilder, dass wir einen Überblick bekommen, wie sieht das Objekt aus, wo steht das? Und dann gibt es eigentlich direkt eine Rückmeldung von den Fachredakteuren und dann kann man schauen, ist es geeignet oder nicht? Was brauchen wir noch an Informationen? Das ist der beste Weg. Okay, dann super, vielen Dank. Gern geschehen. Dann trauen Sie sich und melden Sie sich bei der Rudolf Müller Mediengruppe. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020